Finanzminister Christian Lindner ernannte den neoliberalen Ökonomen Lars Feld kurz nach Beginn seiner Amtszeit zu seinem Chefökonomen. In dieser Position hatte die Aufgabe, den Finanzminister zu beraten und die Wirtschaftspolitik der Ampel zu rechtfertigen. In diesem Kontext sind Aussagen, die Feld jüngst beim Gespräch mit Hans-Werner Sinn tätigte, wirklich unfassbar, weil sie zeigen, wie ideologisch verblendet dieser Mann ist. Ich habe noch hinzu, dass die Agenda 2010 damals verabschiedet wurde und sie mir nicht weit genug ging. Ich dachte schon, dass man im Hinblick auf die Arbeitsmarktreformen noch mehr machen müsste, als gemacht worden ist, weil ich befürchtet habe, dass die Gewerkschaften sich wieder so aufrappeln werden, dass sie alles in die Gegenrichtung bewegen. Und das ist auch so eingetreten. Also wenn man sich heute anschaut, was wir haben mit Mindestlohn, mit anderen Elementen, mit denen man versucht, die Tarifautonomie zu stärken, was aber im Wesentlichen heißt, die Gewerkschaftsseite stärker zu machen, auf gesetzlichem Wege, dann sieht man genau diese Bewegung, diese Rückentwicklung der SPD ins Gewerkschaftslager hinein. Und vor dem Hintergrund war es vielleicht, hätte ich vielleicht noch früher austreten sollen. Ich war auch in der SPD. Die Agenda 2010 ging Feld also nicht weit genug. Und die Gewerkschaften, die seien eh zu mächtig, weil die SPD sie fördern würde. Nun, schauen wir uns das mal in einer Statistik an. Seit Gründung der Eurozone sind die Löhne in Deutschland fast überhaupt nicht gestiegen. Also die Reallöhne jetzt. Und im Vorjahresvergleich crashten sie geradezu um 6,7%. Wir erleben gerade einen der größten Lohnabbau seit Jahrzehnten, beziehungsweise eher seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Gewerkschaften sind also nicht zu stark, sondern eher viel zu schwach. Die Agenda 2010 war der größte Sozialabbau in der deutschen Geschichte, der dazu führte, dass die Lohnstückkosten in Deutschland langsamer stiegen als in den anderen europäischen Ländern und Deutschland dadurch seine riesigen Leistungsbilanzüberschüsse erwirtschaften konnte. Aber das hatte ich ja schon in anderen Videos erklärt. Nun, aber woher kommen diese Aussagen von Feld? Das lässt sich wohl mit seinen sonstigen Tätigkeiten erklären. Wenn man Wikipedia Glauben schenken darf, dann ist Feld Mitglied in der Mont Peleron-Gesellschaft, des größten neoliberalen Netzwerks der Welt, im Kronberger Kreis, im wissenschaftlichen Beirat im Bundesfinanzministerium, im Wirtschaftsrat der CDU, eine neoliberale Lobby-Vereinigung innerhalb dieser Partei und in der Ludwig-Erhard-Stiftung. Feld ist also Mitglied in diversen neoliberalen Denkfabriken und Parteiorganisationen. Der Chefideologe, äh, ich meine natürlich Chefökonom der Ampel, steht also im Dienste des Kapitals und so antagonistisch gegenüber der großen Mehrheit in Deutschland. So sind auch seine Aussagen vorhin zu bewerten.